Am Mittwoch und am Donnerstag sind tatsächlich so um die 12 Grad möglich. Liebe Zuschauer, guten Abend. Diese beiden Tage sind die wärmsten dieser Woche. In der Nacht zum Freitag stellt sich die Wetterlage langsam wieder um. Doch bis dahin haben wir ruhiges Hochdruckwetter. Hoch Erika hat heute seinen Schwerpunkt von Skandinavien nach Polen verlagert. Ab morgen haben wir eine Hochdruckachse, die direkt über Mitteleuropa liegt. Damit dreht dann der Wind von Ost auf Süd. Und genau aus dieser Richtung strömt Mitte der Woche milde, frühlingshafte Luft heran. Soweit der Überblick nun die Einzelheiten. Heute Nacht ist es frostig, es bleibt klar und trocken. Gebietsweise bilden sich Nebel und Reif. So eine Nacht im Februar hat durchaus ihre Reize. Jens Ernst hat für uns die Elbbrücke bei Tangermünde fotografiert. Vielen Dank dafür. Direkt über der Brücke das Wintersternbild Orion. Das sieht so hier aus, liebe Zuschauer. Bis wir am Himmel wieder das Frühlingsdreieck entdecken können, müssen wir noch ein paar Wochen warten. Doch die Sehnsucht nach höheren Temperaturen und einer wärmenden Sonne wird schon morgen gestillt. Es ist durchweg sonnig. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 7 Grad an. Noch einmal 5 Grad mehr, also um die 12 Grad und überall weiterhin viel Sonne gibt es am Mittwoch und am Donnerstag. Am Freitag ist es bewölkt, zeitweise feucht und wieder etwas kühler. Soweit für heute die Wetteraussichten, liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer, guten Abend, willkommen zum Wetterbericht. Noch ist zwar Winter, doch vom Wetter her sind uns in dieser Woche die ersten Frühlingsgefühle garantiert. Vor allem am Mittwoch und am Donnerstag. An diesen Tagen sind gebietsweise bis zu 12 Grad möglich. Ab morgen liegt direkt über Mitteleuropa diese Hochdruckachse. Damit dreht der Wind von Ost auf Süd und genau aus dieser Richtung strömt Mitte der Woche milde, frühlingshafte Luft heran. Das ändert sich erst am Freitag wieder. Heute Nacht ist es frostig, klar und trocken. Gut zu sehen am Himmel Orion. Bis das Wintersternbild für das Frühlingsdreieck Platz macht, müssen wir noch ein paar Wochen warten. Doch die Sehnsucht nach höheren Temperaturen und viel Sonne wird schon ab morgen gestillt. Am Mittwoch und am Donnerstag sind die Temperaturen gebietsweise sogar zweistellig. Am Freitag ist es bewölkt, zeitweise feucht und wieder etwas kühler. Soweit, liebe Zuschauer, die Wetteraussichten. Tschüss.